Ich bin gerade mal am gucken, wo wir das Eulchen schön hinsetzen. Ich glaube, hier vor dem Holz sieht die gut aus, ne? Das waren die Zwiebelchen, die habe ich mir aus dem Vorratsraum geholt. Die bin ich gleich rein. Ich finde, das passt hier schön zu. Sowas rustikale. Oh, das geht doch auch. Damit ich die Katzis nicht runterschmeißen, ne? Ne? Ja. Das ist doch supi. Das ist doch was Schönes, ne? Für den Garten. Ja. Den Spachtel habe ich hier die ganze Zeit liegen. Da hatte ein Insekt was reingebastelt, was jetzt rausgefallen ist. Ja, das ist schon trocken. Wahrscheinlich schon geschlüpft. So, jetzt gehen wir endlich zum Schnuggi, Mann, ne? Schnuggi, Schnuggi, Schnugg, Schnugg. Schnuggi, Schnuggi, Schnugg, Schnugg, ne? Ja. Ja, du kriegst jetzt auch was Feines, ne? Ne. Vielen Dank.